Ein Wunderschön, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Jacked Alliance, unserem Playthrough. Wir starten noch gleich ins Schäden hier rein, ohne großes Fehlerlesen. Ja, wir haben uns ja jetzt hier so einen Brückenkopf erarbeitet, hier oben den Hafen, hier unten nochmal den Zugang und wir müssen jetzt hier im Prinzip hier ein bisschen, wir müssen jetzt hier Fleetown glaube ich erobern, weil jetzt haben wir hier erstmal die Mine, das heißt wir kriegen Einkommen, sieht man ja auch hier unten, 1200 am Tag und wir verbrauchen 1300 am Tag, das haut hin, das sollte hinhauen. So, jetzt müssen wir warten bis LifeWire hat Intel gemacht, also hat hier erkundet und die muss ich jetzt erholen. Also müssen wir hier unten noch bis LifeWire durch ist. Ja, das machen. Wir müssen aber mal gucken, ich musste mein Setup neu aufbauen. Ich habe es im Stream schon gesagt, weil ich einen neuen Monitor habe. Ob das alles so hinhaut, vielleicht kann es so sein, dass ich mein Bildchen noch verschieben muss. Ist immer noch erschöpft, aber jetzt geht es schon halbwegs. Jetzt ist nur noch eins, muss eigentlich fertig sein. So, ich hätte jetzt gesagt, da sind zehn, da sind neun. Man kann es auch jetzt hier nicht irgendwie verbessern. Die Frage, ob man von unten besser reinkommt. Ob ich von hier lang reingehe. Weiß ich halt nicht. Ich glaube, ich gehe einfach von hier komplett einfach direkt rein rein. Alles gut, ne? Komm. Probieren wir es. Na ja, Tag neue Schlacht. Ich war heute zu müde, ja. Oh, was denn hier? Sieht ja irgendwie komisch aus. Sieht bei euch auch so aus, ja. Hier ist ein bisschen nebelig. Hier sind Feinde. Hier sind eine Brücke von da wo kommen wir rein. So, hier ist auch ein Marodeur. Die hauptsächlichen sind aber hier, wir lernen wahrscheinlich von... Guck mal, hier kann ich auch reingehen. Dadurch, dass ich hier erkundet habe, wird die Frage, ob ich von hier reingehe. Aber es ist natürlich super weit, bis ich da zu Gegnern komme. Ich würde schon dazu tendieren, hier unten reinzugehen. Hier ist eine schöne Flankierungsposition. Komm, oder? Ich könnte auch zwei hier oben reinsetzen. Aber wozu, ne? Wozu sollte ich die hier reinsetzen? Die Heimesversteck. Dann muss ich mit denen bis hier runter rennen. Wobei das eigentlich gehen würde, wenn ich bis hierher komme. Dann muss ich etwas hier runter gehen. Hätte die dann vielleicht von hinten. Das wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Pass mal auf, wir nehmen mal... Wir nehmen mal Inchen. Inchen? Inchen? Nein, wenn nicht, muss man das hierb? Inchen? Jetzt schon? Da fängt es ja schon an, aber schon das erste Mal gefailt. Komm ich herein? Ist schon mal blöd. Ich möchte mich nicht zurückziehen, Alter. Ich habe eine Sache gefunden. Sie werden mich nie sehen, das ist ein Schade, ehrlich gesagt. Wir spielen Hide-and-Go-Seek, aber mit Live Ammo. Ich werde mich nicht zurückziehen. 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 Beide ich. Okay, jetzt geht es weiter. Pin gasp. Okay. Saw. What? What did you go unnoticed here? What did you go unnoticed here? What did you go unnoticed here? Okay. I think I can do this one from behind. How can I assist? What did you go unnoticed here? I think I have no granates. Barry, what did you do? No, no, no. What did you go unnoticed here? 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 Heidenshut, das ist mein Spiel. Dreifschuss wegen Nebel, fuck. Okay, jetzt haben wir alle. Next. Ja, der trifft natürlich auch mit Nebel. Let's Amater, see my courage! Forza Major! I do not think we need to worry. The enemy looks completely disorganized. And if I may say so, not very competent. Kopf 85, komm. Er blutet übelst. Ich hab durch sein Auge geschossen. Er sagt ah. Okay. Nochmal schießen, Alter. Ich kann nochmal schießen. Da werden schon viel ab, Alter. Presently in attendance. This is so exciting! I truly think I cannot be fully blamed for that. Na. 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 Nanananananana. Hm? So, Foxy Baby. Was ist da eigentlich immer auf Taschen mit dem Schießen? This won't hurt a bit. Well. It won't hurt me anyway. Oh fuck! Ja. Oh fuck! Ist auf alle Fälle genau das, was ich von dir hören will. In diesem Moment. Moving. As of this moment. Help! I'm flagged! Good position to shoot. Gut. Not 750. Na! Gehen wir auf dem Moment sicher. Orllum! Guide der Souls zu Heaven. Was? Gummibärchen! I need Gummibärchen. Okay. Oh. Scheiss die wandern. Woh! Und schrecklich? Target locked. Ich habe nicht gut einen Schuss. Ready to shoot. Aber wenn du hier ein paar Punkte hast, dann... Nicht, Alter. Geiler, Alter. Geiler Schuss, Bitch. Okay, cool, 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 cool. So, die da hinten haben noch nichts mitgekriegt von dem Glück ihrer Kumpels. Hier sind aber auch noch mal ein paar. Die schlafen noch. Das macht nichts. Okay, ich hab jetzt hier... Ne, Fox und Benen haben noch ein bisschen... Haben noch ein bisschen Bewegungssaft. Bury Unger. Enemy has good visibility. I have spotted a thing that wants an investigate. Presently in attendance. Oh, da kommt noch ein Bandit. Wie kann ich helfen? Enemy exists over there! Was? Natürlich. Hallo. Misstrauisch. Na nun? Alle dort hier? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Was heißt das denn hier? I have good odds of hitting enemy. Come. Fighting is imminent. Ich muss natürlich durchs Fenster raus gehen. Also die Tür direkt daneben offen, aber... Hm. Komm, warum? Why? Why should I? What? Snoop Dogg. What's up? Sicht. Keine Sicht hat er, der Meister. Master of Disaster. Runter hier. Jetzt aus. Händelst du was? Okay. Gut. Okay. I could do this blindfolded and tied up. Come. We're done. That hurts! Feri Unger. Ready. Acknowledged. Aiming. Oh, Hitpoint ist da, ey. Hat der denn eine Schrotflamme da? B. 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 Haha! Ich glaube, es gibt mehr Triefe, die einfach nach mich schauen. Okay, cool, 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 cool. Cool, LifeWire. Auch runter. Ok. Mal die mal hier kurz verbinden, ändern. Was? Gehen wir mal an den Schrank. Molly. Molly kann mal Barry geben. Barry ist eher so der putze Kollege hier. Was haben wir hier noch? Von uns auch noch. 19 Minuten. Ja, wenn wir ein bisschen Luft haben, dann hofft es, um die fertig zu machen hier. Hallo da! Was ist in Ihrer Meinung? So, jetzt müssen wir hier hinten die noch ausrollen schauen. Wie kann ich helfen? Mit Sicherheit. Ready. Going. Presently in attendance. Don't tease me. I'll do my best. Hello there! Ich soll das Auto wegnehmen, oder was? Wer hat denn viel Kraft von dem? 70? Was ist das? Wir haben einen Schrank. Das ist okay. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Was? Was? Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Wäre jetzt. Bekann. Hallo? Ich habe keinen klaren Schrank. Warum nicht? Hä? Was? Bereit. Bereit, um sie zu schießen. Lass uns sie holen! Oh! Enemies! Sackend. Target lockt. Das meine ich Barry, Alter. Barry, Alter, kannst du hier nicht einfach ein Stück vorkommen? Du bleibst da einfach sitzen. Du bleibst da sitzen, Livewire, du kannst nicht mehr... Livewire hier! Was ist auf deiner Meinung? Presentlich in der Zeitung. Lass einfach hier stehen. Das Liegen tut sich fest. Wir töten einen von uns, und wir können... Oh, da ist der röttert. Oh, das tut mir leid! Das ist nur ein Barsch. Lass mich messen. Der Gegner hat gute Sicht. Ich bin sorry. Barsch. Die Barsch. Aber es gibt immer noch Enemies. Lass uns sehen, was der Lord in seiner Wissen uns gegeben hat. Der Lord. Wie kann ich helfen? So, jetzt müssen wir mal die anderen Typis hier noch... aus... 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 ausräuchern. Heading out. Hello there! Alright, alright! Wir gehen... Wir gehen hier komplett außen rum. Versuchen die von hier oben zu kriegen. Don't tease me. The assertive type, eh? I like that. Livewire hier! Hello! Hello there! Alright, I'm going! We should take a closer look at this. Ma'am? Got someone over here! Let's move! What's on your mind? You got it. Hello. Me? Me? No, not me. Me? Me? You got it. You got it. Ich sehe nicht so, als ob wir wieder hochkommen würden. Dann ihm nicht, dann geht ihr wieder in den... Of course. You just like watching me walk. Yes? Will do. Oh. So ist ja. Ich will nicht rumhetzen. Okay. 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 Oh no. Mhm. 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 Okay. 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 mal zugeschnappt Lübbt Lübbt So Berry Unger Berry Unger, du kannst Good position to shoot Oberkörper Oder Kopf, nee, Oberkörper Ich bin blau It hurts so tolle Sooo Snoop Dogg Du kannst mal hier Zack Und du mein Zitronenschnittchen Anything for you I won't do anything for you Und der da durchlaufen Der kann schon da durch So this is what it feels like Being the one doing the staring Ja, du bist the one doing the staring Heute mal, baby Fine Fine Yeah Berry Unger How can I assist? You may kill us, but I refuse to you Bum Enemy has good visibility Merde Come baby I truly think I cannot be fully blamed for that Naja fast Eigentlich schon Eigentlich schon, aber ja I'll do my best Very Unger Yes? Der Snoop Dogg ist auch noch am Start Kann der noch schießen? Kann der noch schießen? Der kann noch schießen, guck mal Bumm Don't Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Sehr gut, Freunde Look at it How beautiful So, alle wieder hinstellen Dann hier leveln und looten Alles nehmen Hallo Berry Du musst reingehen Wie kommt man denn hier rein? Hier Ich bin in Bewegung Berry geh mal rein, Junge Hier ist was Ah, sehr gut Yes So, jetzt können wir nämlich den ganzen Laden hier auseinander nehmen How can I assist? Müssen wir jetzt mal gucken, wo hier überall Zeug liegt Guck mal, hier sind überall People's Erstmal mit denen hier drin springen würde ich sagen Erstmal mit denen hier drinnen springen würde ich sagen Erstmal mit denen hier drinnen springen würde ich sagen Erstmal mit denen hier drinnen springen würde ich sagen Ich glaube, dass du und deine Freunde haben ein paar crazye Theorie Was Das ist nicht eine crazy Theorie Ich weiß es sicher Es liegt ja noch Ich weiß es sicher Hier liegen da einer Oh ja Alle weinen ins Leichenwasser Oh ja Irgendwann da ist Fall. Irgendwann da ist Fall. Blöfige Schrotflinte, Alter. Wozu soll ich die brauchen? Jemals. Schrot. Yes. Alles nähen. So, wer hat denn hier noch kein Jäckchen von euch? Du hast ein Jäckchen. Du hast ein Jäckchen. Du hast kein Jäckchen. Du hast ein Jäckchen. Also kriegt Barry das Jäckchen. Jäckchen, Jäckchen, Barry, Barry Jäckchen. So. Und dann, äh, jetzt auch schon einer so eine komische, so eine komische, so was. Was ist das hier? Das ist Kampfstimulanz. Okay. Hier sind Rohrbomben und hier sind Diamanten. Und hier sind Tontafeln. Okay. Sie sind zu viel zu beenden. Don't be sad, Honey. Monique war ein guter Jäckchen. Aber wir finden deinen Möder. Wir werden mal ganz kurz hier die ganzen Leute. Die ganzen Leute erkennen. Natürlich. Schau mal an das. Ich weiß nicht, was das ist. Noch nie wirst du, Alter. Geilofant. Ich muss ja erst mal gucken, Alter. Welche davon am besten sind. Aber jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich hier den... ...wie das Zeug noch mitnehmen kann. Was ist das hier? Was kann ich damit machen? Kaufen alle. Den geilen Scheiß ist der hier. Was hat er denn? Waldschriften. Was ist mit denen hier nicht in Ordnung? Warte mal, das wirst du aber echt mal hier. Du bist ein Schlitzer und du bist... Ich glaube nicht, dass wir das gleiche als die Lesion-Werklinge sind. Schau mit dem Boss und du nicht in einem Schiff zu lassen. Na? Wollen wir hoffen? Okay, gut. Das sind alles Dorfbewohner. Jetzt gehen wir hier zu Peter Parker. Atatuka heißt er eigentlich. So, warte mal. Hier von mir der Intilenteste. Der Intilenteste ist... Sie hier. Hier, du musst mal hier. Oh, wer ist er denn? Der Wuhmeister, Alter. Eine Kirche Gottes und ein Tempel der Geister. Ich bin Vater Tucker. Willkommen im Haus der seligen Geister. Einer Kirche Gottes und einem Tempel der Geister. Ich bin Vater Tucker. Jetzt, ihr sind alle willkommen. Vor allem jene, die Diamanten zu verkaufen haben. Alle Verkäufe tragen zum Wohl des Dorfes bei... Hab meine Scheiß gerade verkauft. Kirche, sie sind ein Priester. Sie sehen aus wie ein Wahrsager. Und sie ist auch für den Soldat. Aber das ist nicht alles, was ihr seid. Ja? Aber du bist mehr als das, oder? Aus Diamanten? Ja. Das Haus der seligen Geisterbohr-Preparaturen und die Versicherung muss bezahlt werden. Mit dem bescheidenen Profit meiner Diamantenverkäufe kann ich den Bedürftigen eine freie Mahlzeit pro Tag ermöglichen. Das ist wirklich gut. Aber wenn ihr Diamanten kaufen möchtet, kann ich euch ein paar wild vier Stücke verkaufen. Muss ich die kaufen? Warum ist denn hier ein Stern? Ich habe die gerade verkauft, Alter. Ich muss einen guten Freund, Boss Blobert, bezahlen, damit er diese Kirche weiterhin vor der Hand und Schutzgeld mhm. Er ist ein guter Mann, nicht unbedingt bütig, aber fair. Und er greift nur noch so weit zurück, wenn es nötig ist. Sehr respektiert. Erwart den Frieden. Die Geister führten die Leute dieses Landes lange, bevor sie von Gott erfuhren. Die Lehren ihrer Ahnen müssen in den Lehren des Herrn gesehen werden, wenn die Leute verstehen und mit wahrem Glauben im Herzen leben wollen. Das Wort Gottes braucht keine Hilfe, um es verstanden zu lernen. Aber die, die es hören, oft schon, mein Kind. Aber es ist bekannt, dass der Glaube der Leute in letzter Zeit erschüttert wurde und der Ärger, den wir eben hier im Haus der seeligen Geister hatten, hilft auch nicht. Was für Ärger. Dass ein rastlose Geist, der nachts an den Gürchenbänden kratzt und dagegen hämmert, natürlich weiß ich, dass nur ein Mensch ist, aber sicherlich von einem bösen Geist besessen wird. Bitte, ich wäre dankbar, wenn ihr dieses Problem lösen könntet, solange der rastlose Geist besteht, verlieren meine Schirchen immer mehr den Glauben daran, dass ich ihnen Hoffnung und Führung geben kann. Wo ist der Geist? Ich habe meine Ziergeabfahrt, um ihn für den bösen Geist auszutreiben. Aber als ich mich dem Mann näherte, lief er zum Früster von hier. Ich habe ihn am Ufer im Südwesten verloren, nicht weit von hier. Die Schmuggler haben auch versucht, ihn zu schnappen, aber er versteckt sich immer rechtzeitig. Den ballern wir ab. Und werden ihn in dein Gewahrsam übergeben, würde ich sagen. Wer ist er hier? Smiley? Was ist mit Smiley? Nicht in Ordnung, Alter. Nicht mit dem... Komm, wir gehen mal zu Schmiley. Was? Kann nicht geöffnet werden. Okay, da scheint wohl ein... Gut, okay, dann gehen wir jetzt auf die Taktikansicht. Richtig, ich beende die Folge und dann gucken wir mal, ob wir den Geisterjungen finden hier demnächst. Oder? Südwesten hat er gesagt. Ich meine, hier kommen wir noch nicht ran. Also, Kommando. Seit Lieten an Sicht. Jetzt können wir jetzt hier wenigstens Operationen wie Ausruhen machen. Erholung und Entspannung. Das ist gut. Dann, ähm, sollten wir erstmal vielleicht Verletzungen behandeln. Das mache ich noch. Fox und Leihfeuer sind beide beschädigt. Patienten. Er und Doc. Bestätigen. Oh ja. Und dann den Fox. Ach, wie geil, Alter. Gut. Wir lassen die jetzt hier durchheilen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Meine Wände sind heilend. Ähm, ja, schaltet ihr ein, wenn es heißt. Pew, pew, Motherfucker.